Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Schwimmen auf dem See. Was? Kugeln in das Wasser, Kerzchen in die Höhe. Von draußen, vom Aldi komme ich her. Ich muss euch sagen, oi 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 oi. Du magst jetzt nicht mehr? Ich mochte vorher schon nicht. Überall auf den Nasenspitzen sieht man keine Maske sitzen. Ach, ach. Dann heißt es wieder, halt, stopp. Oh mein Gott, sie haben mit dem Einkaufswagen überfahren. Nein, nein. Schon wieder. Oh je. Wie konnte das passieren? Ich weiß es auch nicht. Haben wir denn eigentlich Feedback zu unserer letzten Episode? Wir hatten eine letzte Episode, das muss ja ewig her sein. Keine Ahnung mehr. Ich glaube nicht, dass es Feedback dazu gab, zumindest nicht über die offiziellen Kanäle. Lass mich kurz gucken. Vermutlich haben die Leute sich gedacht, es kommt nichts mehr, die beiden haben endlich aufgehört. Yay. Nein, haben wir nicht, haha. Sehr gut. Wir wollten nur auf die Vorweihnachtszeit warten, bis wir wieder so richtig mies drauf sind und dann. Genau. Jetzt können wir endlich unsere Festtagsfolge. Ja, wir hatten schon eine Festtagsfolge. Aber ich habe keine Lust, die Peanuts zu besprechen. Das ist mir zu viel Arbeit. Ja, ja. Und was hast du so in den letzten? Ja, ich bin wieder ganz da. Monaten erlebt. In der letzten? Okay, jetzt hat jemand was gefeedbackt. Ja, ein bisschen. Ich höre auch ganz oft mich selbst bei dir im Echo, aber mit so fünf Sekunden Versatz, was ganz witzig ist. Was ist das denn für ein Scheiß? Ein Baum? Das können wir ja nicht machen. Wir sind ja bekannt für unsere tolle Tonqualität. Tannenbaum, Tannenbaum, Blätter. Ich habe Kekse gebacken. Uh. Ich habe Kekse gegessen. Böse Zungen würden jetzt behaupten, das sind keine Kekse, sondern Plätzchen. Und ich erkenne den Unterschied immer noch nicht an. Ich kenne den Unterschied, aber er ist mir egal. Hey, jetzt höre ich mein Echo auch bei dir. Ach, ach, ach. Juhu. Wieso habe ich ein Echo? Du klingst so toll, dich kann man auch zweimal hören. Ja, halt die Klappe. Ja, Schatz. Ich habe diesmal wirklich alles angeschlossen. Wie hörst du mich denn? Ach, ich höre dich über meine Kopfhörer. Warum höre ich mich dann auch? Die Anlage ist aus. Es kann nicht darüber kommen. Vielleicht ist dein Kopf so leer, dass es von der Innenseite her echot. Ja, nein. Vielleicht ist mein Kopf so leer, dass es durch die Kopfhörer in den Kopf herum echot und durch die Nase wieder raus. In das Mikrofon, durch den Äther und direkt zu dir. Das klingt schon realistischer, aber nein. Das heißt, ich müsste nur eine Wäscheklammer auf meine Nase setzen, dann müsste das Echo weg sein. Test, test, test. Sag mal was. Nein, ich habe immer noch das zeitversetzte Echo. Schade. Was soll's. Ich habe mich gerade an die Klammer gewöhnt. Das können wir alles ja schneiden. Und ganz ehrlich, Leute, wenn ihr das hier hört, was ist los mit euch? Dann habt ihr es auch nicht anders verdient. Ja. Wobei ich schon zwei Menschen unseren Podcast empfohlen habe und ich glaube, die sind mir beide entfolgt. Dann machen wir irgendwas richtig. Darauf einen Whisky. Zum Wohl. Ich wusste, ich habe was vergessen. Whisky. Rauchig, malzig, flüssig, Dings, Bums. Klingt fast wie die Werbung für Pommersche aus dem Buchenrauch. Die haben bestimmt auch gesoffen. Möglich. Wurstwasser bestimmt. Ich habe da mal so vegane Salami probiert. Mhm. Ich rate davon ab. So nach der ersten Scheibe habe ich gedacht, okay, geht ja. Aber ich konnte es nicht essen. Das hatte irgendwie so einen komischen Nachgeschmack. Also so wie das Leben, nur wurstiger. Also wie so manche Salami auch. Ja, nein, nein. Ja, ja. Weil du dir auf einmal selbst zuhören musst. Gott, ich hasse das. Ja, dann machen wir doch einfach hier einmal kurz da drauf und das da und das da und drücken noch mal da drauf. Ist jetzt besser? Ich weiß nicht. Ich habe ja nichts gesagt. Ja, ich habe kein Echo, 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 Echo. Warum denn nicht? Kein Echo, 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 Echo. Echt nicht? Nö, Echo weg. Echo kaputt gemacht. Witzig. Ich habe nämlich einfach nur in meinen Teamspeak-Einstellungen die Echo-Dämpfung mal eingestellt. Oh, das ist Echo gedämpft. Hm, gedämpftes Echo. Und Hintergrundgeräusche entfernt. Da hört man mich ja gar nicht mehr. Zu dieser Jahreszeit, in diesem Teil des Landes. Mein Hintern macht auch Grundgeräusche. Nein, Grundgeräusche macht er. Ja. Und die passen die Gerüche dazu auch. Das freut mich. Wie lange ist denn eigentlich unsere letzte Folge her? Soll ich das recherchieren oder schätzen wir? Wir schätzen. Ich bin eh zu doof zu tippen. Dann schätzt du mal. Drei bis vier Monate irgend sowas in dem Dreh. Ach, ach, ach. Ziemlich genau. Zwei. 21. Oktober. Ja gut, wir haben vorproduziert. Warte mal. Habe ich das nicht irgendwo hier? Die letzte Folge war das. Ja, natürlich. Die letzte Folge war glückliche Podcaster sind schlechte Podcaster. Und die haben wir aufgenommen. Wann haben wir den aufgenommen? Okay, am 14. Oktober so viel länger ist es nicht. Ja, aber die Zeit ohne dich fühlt sich halt lang an. Das weißt du doch. Die Zeit mit dir noch länger. Fast alles mit mir fühlt sich lang an. An dir. Ach, ach, ach. Ja, was habe ich denn in der Zeit gemacht? Also mir fallen schon Sachen ein. Bestimmt lustige Dinge. Nein. Du hast bestimmt gearbeitet. Oh ja, das war sehr lustig. Toll, jetzt weine ich wieder. Endlich haben wir unser Niveau wieder erreicht. Ja. Ach, das ist schön. Ein Träumchen. Ein Träumchen. Was? Bum. 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 Ja. Ja, Arbeit ist nach wie vor so spaßig wie immer. Mhm. Und. Ja. Ich habe jetzt gestern zum letzten Mal für dieses Jahr gearbeitet, aber auch nur ein paar Stunden. Offiziell habe ich es seit letztem. Reicht ja auch. Man muss das ja nicht übertreiben. Ja. Sehr gut. Ich habe auch noch bis zum 6. Januar Urlaub, wobei ich am 4. kurz ins Büro muss, um die Löhne zu überweisen. Ah. Besser ist das. Also ich gebe dir meine Kontonummer dann gleich durch. Kannst du machen. Wir setzen uns dann ab auf die Bermuda-Shorts. Okay. Und dann. Die habe ich heute in die Wäsche geworfen. Ja, klar. Ja, ist ja fast rum. Eben, eben. Und ansonsten hatte ich halt sehr wenig menschliche Kontakte. Mhm. Ich glaube einen. Reicht ja auch. Fand ich auch. Ich habe einen neuen Laptop. Ich nutze ihn nicht zum Aufnehmen, weil ich ihn noch nicht eingerichtet habe. Na toll. Ihr habt mir einfach ein paar Spiele draufgeklatscht und nutzt ihn momentan nur dafür. Und richte ihn so ganz nach und nach ein. Okay. Ja. Was für Spiele? Ach, alles Mögliche. Ich habe jetzt Wolfenstein 2 durchgespielt, weil ich um die Weihnachtszeit immer gerne Nazis erschieße. Das klingt vernünftig. Ja. Hat auch Spaß gemacht. Ich habe noch so ein paar Bonus-Missionen. Mal gucken. Kann ich auch bei Leuten erschießen. Oder sonst gehe ich dann in Stardew Valley angeln. Ganz entspannt. Abwechselnd. Ach, ach, ach. Und du so? Ja, ich so. Ja, Arbeit viel, ne? Ja. Muss jetzt bis Dezember arbeiten. Ja, bis Dezember arbeiten. Ja, ein ganzes Jahr. So spät schon. Muss jetzt bis Silvester arbeiten. Und ja, soziale Kontakte auf das Nötigste reduziert. Ich hoffe, das reicht. Ja. Ach, ach. Du sagst es. Ja. Nö, so richtig viel los war nicht. Zu den wesentlichen Dingen komme ich natürlich nicht. Mhm. Wie zum Beispiel Musik machen oder mehr Dinge in Mikrofone reden. Ja. Es war eine sehr podcastarme Zeit für mich auch. Aus verschiedensten Gründen. Schade eigentlich, ne? Mhm. Wobei wir uns zumindest für den König-Bube-Dame-Gast vorgenommen haben, das so wirklich als Hauptprojekt uns darauf nächstes Jahr wieder zu konzentrieren. Uh, sehr gut. Dann wird es wohl voraussichtlich dieses Jahr auch noch was geben. Mhm. Ich erinnere mich nicht mehr an das Buch. Es hat sich alles an mich in die Nähe gezogen. Aber ich war doch gar nicht dabei. Nein, bei dir ist es ja schon lang. Da muss man nicht sehen. Kann man aber. Stehst du drauf? Kein Kommentar. Wenn er zu lang ist gezogen, stehe ich drauf. Ich habe Vanillesirup in meinem Kaffee. Warum das denn? Ich wollte mal was Verrücktes machen. Vanille-Karamell-Zucker aus der Mühle. Passt auch gut dazu. Das kann ich mir vorstellen, ja. Aus der Rügenwalder Mühle? Ja. Der vegane Vanille-Zucker. Das ist lustig, weil du sagst was, das kommt hier an, und dann antworte ich, und dann höre ich erst mein Echo bei dir, und dann antwortest du. Es scheint eine gewisse Latenz zu geben. Ich habe das Gefühl auch, ja. Wir reden noch mehr durcheinander als sonst. Das will was heißen. Voll der Schlagabtausch. So verbal. Ja, ja. Scheiß drauf. Wir sind ja nicht dafür her, dass es gut klingt. Oder hörbar ist, oder... Okay. Okay. Das klingt nicht sehr überzeugt. Aber... Nee, ach. Du weißt doch, ich und überzeugt. Ja, du weißt doch, ich und weißt doch, was? Ich weiß nichts. Ich wusste noch nie was. Ich will es gar nicht wissen. Ich will nur vergessen. Da kommen einfach beide nochmal rein. Gute Frage. Wir haben es ja schon 20 Minuten aufgenommen. Ich fange nicht nochmal an und schneiden tue ich nicht. Ach, ach, ach. Ich habe dir wieder Zeug mitgebracht. Also, ich habe wieder Fernsehen. Oh Gott. Ja. Soll ich mit dem Schlechten, dem guten Schlechten oder dem Film anfangen? Ja. Gut. Ich habe geguckt, Who is America? Von Sacha Baron Cohen. Ein Name, den ich schon mal gehört habe. Borat, unter anderem. Und auch hier, es gibt sieben Folgen, spielt er verschiedene Rollen und interviewt diverse Leute. Es sind echt geile Masken. Also, du erkennst ihn nicht. Ich habe gelesen, dass wegen eines Segments ein, ich glaube, ein Senator oder irgendwas zurücktreten musste. Mich wundert es, dass es nicht noch mehr sind. Ach, diese komische Sex-Szene, die man da... Ja, das war ja in dem Film. Ah, okay. Er spielt hier zum Beispiel einen israelischen Sicherheitsberater, der vier oder fünf Senatoren dazu bringt, vor der Kamera sein Programm zu unterstützen. Nämlich in die Ausbildung von Vierjährigen an der Schusswaffe. Okay. Ja. Er spielt uns zum Beispiel einen italienischen Modefotografen, der bei einer Firma für Luxusjachten ist und für einen Freund eine Yacht kauft. Er lässt ab und zu mal so Worte fallen wie Syrien und Assad. Und fragt auch, ob man die Yacht bewaffnen kann, denn wenn die Flüchtlinge übers Mittelmeer kommen, wenn das ja dann keiner sieht, dann ist es ja besser, wenn man bewaffnet ist. Und der Verkäufer sagt, ja, gar kein Problem, wir können nicht ein Maschinengewehr an Bord anbringen. Oh je, oh je, oh je. Es tut körperlich weh. Mhm. Er spielt so einen überkorrekten Doktor, also Philosophie-Doktor oder irgend sowas, der dann meistens so Trump-Leute interviewt. Das tut auch weh. Du machst sehr lustige Geräusche. Immer noch? Nein. Du hast gequarkt zwischendrin. Schade. Ja. Ich bin ein Frosch. Ich weiß. Er bringt eine, ich glaube, irgendein Reality-Sternchen dazu, einen Fonds zu unterstützen für Kindersoldaten in Afrika, damit die gut ausgebildet werden. Ja, eine Liederausbildung ist wirklich wichtig, um auch Wohlstand in die ärmeren Länder zu bringen. Also, das sind echt Sachen, das schüttelst du dir nur den Kopf. Er bringt den Trump-Unterstützer und Republikaner, irgendwie ein hohes Tier. Da ist er dann auch als Sicherheitsberater in der Firma und bringt denen bei, wie sie sich vor islamischen Terroristen schützen können. Mit Schweinefleisch und Bildern von schwulem Sex. Das heißt, er spielt einen Terroristen, der da bewaffelt rumläuft. Oh, jetzt bist du aber ganz komisch. Und sehr laut im Rausch. Sorry. Und diese zwei Geschäftsmänner springen um die Ecke. Einer hält einen Schnitzel hoch, der andere ein Foto von zwei Typen, die Sex haben. Und er schreit Pork, Pork, Pork. Und der andere schreit Gay, Gay, Gay. Und sie rennen auf den Terroristen zu. Es ist... Oh Gott. Ich sag ja, es tut echt weh. Er spielt einen finnischen YouTuber, der Unboxing-Videos für Spielzeug macht. Und dabei dann irgendwelche Leute aus Amerika dabei hat. Zum Beispiel eine ehemalige Gouverneurin aus Arizona. Die er von der Kamera echt in Situationen bringt. Oder ein Sheriff, der so richtig bekannt geworden ist in Trump-Amerika für seine harte Linie. Mit dem redet er über die Antifa. Und was er denn machen würde, wenn er 1933 in Deutschland Polizist gewesen wäre. Mit der Antifa. Es ist echt hardcore. Und er versucht, O.J. Simpson dazu zu bringen, den Mord zu gestehen. Schafft er nicht, aber trotzdem. Also er ist nicht wie Nawalny, der das ja geschafft hat. Hast du das mitgekriegt? Ja, am Rande. Mit den giftigen Unterhosen. Also du kannst echt nur den Kopf schütteln. Das ist... Das tut echt weh. Aber es ist geil gemacht. Und es gibt wohl Segmente... Die heutige Folge wird übrigens gesponsert. Oh. Wir haben einen Sponsort. Von Reizgasunterwäsche von Totschieße. Oh. Ich werde gesponsert von Zwiebeln. Damit wird jede Unterwäsche zum Reizgasunterwäsche. Yay. Yay. Was machen wir jetzt? Das gleiche wie jeden Abend, Pinky. Onanieren, bis wir weinen und einschlafen. Nicht unbedingt diese Reihenfolge. Ach, diese Arbeit wieder. Ich mache mal kurz einen Test. Ich bin gleich wieder da. Starte, äh... Beende die Aufnahme noch nicht. Würde ich eh nicht. User disconnected from your channel. Oh, er ist weg. Dann... User joined your channel. Hallo. Wir haben uns gerade so schön über dich unterhalten. Habe ich immer noch so eine fiese Latenz? Ich weiß es nicht. Sag mal Piep und ich mache dann auch gleichzeitig Piep. Okay. Wann? Äh, jetzt. Piep. 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 Jetzt habe ich nicht reagiert. Piep. Ich bin zu langsam reagiert, Leute. Piep. Piep. Also ich habe mehr Latenz als unser Gespräch, glaube ich. Ich denke, wir sind jetzt wieder ein bisschen zeitnah. Das wäre schön. Ich fange mal an zu zählen und du steigst dann einfach ein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwei, vier, fünf, sechs, sieben, neun. Und du fragst dich, warum du keine Freunde hast. Ach nein, das war ich. Nein. Und sonst? Und sonst so? Morgen ist. Jetzt weißt du, wie viel Latenz. Es kann aber nicht viel sein, oder? Bei mir war das gleichzeitig, was wir gesagt haben. Ja, aber wir haben es ja wahrscheinlich auch gleichzeitig gesagt. Weiß ich nicht. Also ich habe nicht auf dich reagiert und du hast nicht auf mich reagiert, oder? Okay. Dann haben wir es tatsächlich gleichzeitig gesagt. Juhu. Echtzeit. Dieser Podcast findet in Echtzeit statt. Echtzeit. Echtzeit. Kaufen Sie Echtzeit-Express. Nö. Jetzt zu Weihnachten schenken. Echtzeit. Ach, Weihnachten. Oh, Weihnachten. Das ist auch irgendwann, oder? Wahrscheinlich demnächst, ja. Naja. Habe ich ja noch Zeit. Weg zu rennen. Unter Umständen, ja. Mich zu verstecken. Hast du denn schon alle Weihnachtsgaben? Ja. Ich glaube schon. Sehr gut. Dann bist du mir voraus. Ja, ich glaube schon. Du bist Ole. Ich bin Ole. Das ist Sven. Ole. 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 Wir sind die Sven. Wake me up, Sven. September end. Dies ist die End. September. My only friend. Die September end. Fällt dir ein Lied über den Monat Februar ein? Äh, ja. Ohne zu googeln. Ach so. Nein. Ach, ach, ach. Es gibt da was von Rolf Stukowski. Die Vogelhochzeit? Nein, Februar. Ah. Die Vögel wollten Februar in dem grünen Walde. Februar, rar, rar, februar, rar, februar, rar, 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 rar. Rar macht die Katze und dann waren die Vögel weg. Ausgefögelt. Und Plopp macht der Hamster? Plopp macht der Hamster. So, Hamster tot. Huch Ist der tot Mir ist da was raus Ausgefallen Naja, das ist, wenn die Hose so ausleihert Passiert das Ach, ach Freust du dich denn auch schon auf Das nächste Jahr Na, wenn dieses Jahr Schon so großartig war, wie gut wird dann das Ich nenne es 2020 Teil 2 Die Rache Oder Rüdiger, das weiß ich noch nicht Die Rache gefällt mir besser Gut, dann schreibe ich das Auf den Kalender Okay Was passiert, wenn man vor September geweckt wird Tja Das ist wohl Wahr Man ist einfach nur fucking müde Ja Oder hat eine Erkältung, weil man draußen war Im November Rain Nein, mir fällt trotzdem kein Februar Lied Tja Ich habe nämlich mal versucht Quasi zu jedem Wochentag Und zu jedem Monat Ein Lied zu finden Und beides ist mir nicht geglückt Welcher Wochentag fehlt dir denn? Naja gut, es gibt Monday, Monday Für Dienstag Wird es echt schwierig Wednesday gibt es irgendwas von Simon & Garfunkel Thursday ist auch so ein Tag, wo echt schwierig was zu zu sagen ist Gut, Freitag fallen mir mindestens zwei ein Genau, Friday I'm in Love, hätte ich gesagt Und Friday von Today Huh, Ding? Es gibt ein Lied, das Friday heißt Ich komme nicht mehr darauf, von wem Saturday von, ich glaube, Marcy Playground Saturday Night Fever Sunday Bloody Sunday Genau Da blieben nur noch Dienstag und Donnerstag übrig Wenn einer unserer Hörer oder Hörerinnen Ein Donnerstags Lied kennt Ich wäre interessiert Das Donnerstags Lied Dasselbe gilt auch Es gibt ein Lied Named Thursday Von wem? Jess Klin Ach was Ja Kenn ich nicht, aber gibt es Hab ich auch noch nie gehört Tuesday Na Tuesday Mit Sicherheit gibt es auch ein Tuesday Lied Gibt es auch Die Pet Shop Boys haben eins der Thirst Das nächste Mal Also es gibt es alles, nur Ruby Tuesday natürlich Ah, okay Dann haben wir die Woche voll Prima So, und das gleiche kann man auch mit Monaten machen Und so Mal Februar Josh Kroben February Song Fangen wir andersrum an Gibt dir denn spontan was ein? Nein Also zu Februar jetzt, oder was? Nein, generell zu welchem Monat? Ja gut Klar November Rain Und Wake Me Up Wenn September eins Das hatten wir ja schon Was hätten wir denn noch? Sicher Ist Oktober Rust Ein Song Oder ein Album von Typer Negative Oder beides Ein Album Aber ich glaube Es gibt auch einen Song, oder? Ja, natürlich Oder? Nee Das vierte Studio Album von Typer Negative Aus dem Jahr 1996 Hm Ach Gott, dieser Laptop ist so langsam Ja, ich hätte den anderen holen können Aber nein Für den Mai Für Mai Würden mir zwei einfallen Das eine ist Then Comes The Last Day of May Von Blue Oyster Cult Mhm Und das andere War Ich glaube es heißt May Queen Von Dem Led Zeppelin Sänger Geht's nicht auf was von Brian May? Maybe Ach ja Bei mir hängt's gerade Deswegen kann ich da jetzt nicht weiter nach Gucken Auch irgendwas von June Carter Oder von Juli Ja Ansonsten gibt's halt auch Juli Mond Von Rio Reise Mhm Na ja Auch hier Wieder ein Aufruf an unsere Hörenden Schickt uns eure Jahres- und Wochentags-Playlists Also für die nächste Folge Ja Ihr habt also Einzelschluss ist der 31. Oktober 2021 Genau Habe ich schon erwähnt, dass wir jetzt weniger aufnehmen Was Ach ja Oh ich habe Ganz viel Lustige Dinge gekocht Ich habe nämlich Jetzt einen Backofen Das gibt's Neues Also Oktober Rust ist kein Lied Schade Ich bin jetzt stolzer Besitzer eines Elektroherdes Und So eine Elektroherde ist ganz schön geil Ja Da kann man tolle Sachen mitmachen Ja Zum Beispiel Pizza Mh Hatte ich heute Oder Oder Speisen können zubereitet werden Ja man muss ja auch gar nicht kalt essen Ne ist richtig Das ist gar nicht mal so verkehrt Hühnchen wird viel Besser wenn man es durchgart Vor dem Verzehr Meinst du wirklich Ich hatte den Eindruck Sollte ich mal probieren Nicht alles ist besser als Sushi That's what Sushi said Oh Gott Das hat mir ein bisschen gefehlt Ja es war irgendwie ein komisches Jahr So ohne Alles Also ich meine Ich bin ja jetzt nicht so der große Menschen Mensch Ja Aber trotzdem so Ein bisschen Wär schon Dings Wo wir gerade beim Essen sind Ich habe einen Filmklassiker geguckt Oh Das große Nein Den kenne ich auch Das Jeden Tag im Spiegel Ähm Aus dem Jahr 1973 Ein französisch-italienischer Spielfilm Das große Das große Fressen Titel habe ich schon mal gehört Es geht um vier Freunde So Alles um die 50 Die Keinen Bock mehr haben Und sich Auf der Straße Einen Clown sehen Nein Das ist keiner dieser französischen Filme Achso Sie treffen sich in einem Abgelegenen Haus Mit Unmengen zu essen Äh Laden sich ein paar Nutten ein Und Fressen sich zu Tode Das Ganze ist echt interessant Also Ich war überrascht Sie haben dann Irgendwie so Eine Lehrerin Die noch dann dabei ist Die dann kommt Und Das ist die einzige Die auch wirklich mit den vier mithalten kann Mhm Und umso weiter der Film fortschreitet Umso ekliger wird er Okay Denn was Was reingeht Kommt auch wieder raus Aha Aha Ja Äh Der Film muss damals Echt ein Skandal gewesen sein Ich finde ihn unterhaltsam Für einen Film aus Äh Ja Aus 73 Für einen französischen Film Aus diesem Jahr Doch Das war schon Gar nicht so Schlecht Man sollte es vielleicht Nicht gerade beim Essen gucken Das ist jetzt fast 50 Jahre her Ja Im Irland hatte der Film Ein Aufführungsverbot Kann ich mir vorstellen Denn die haben ja immer Hungersnöte Und so Ja Und wenn dann gibt es nur Kartoffeln Ja Oder Schaf Ach ja Der Skandal wurde verglichen Mit dem zwei Jahre später erschienenen Film Die 120 Tage von Sodom Mhm Nach dem Werk des Marquis des Saat Mhm Auch ein Film Der an Langeweile kaum zu übertreffen ist Wie ich finde Total überbewertet Ich lese Ich lese aber gerade Dass der Regisseur Dieses Films Das war der letzte Film Von Pasolini Äh Dass der noch Im selben Jahr Ermordet wurde Er hat sich wohl Abends noch Mit einem Freund Zum Essen getroffen Und am nächsten Tag Wurde seine Leiche Am Strand gefunden Wo man festgestellt hat Dass er mehrfach Mit seinem eigenen Wagen Überfahren worden ist Da wird sich aber drüber gestritten Ob das tatsächlich so war Naja Es Hieß sein Wagen durch Zufall Christine Äh Nein Es war ein Alfa Romeo Ah Dina Ja Es ist wohl immer noch Äh Wirklich ungeklärt Weil er wirklich Dahinter gesteckt hat Es ist mal jemand Verhaftet worden Der hat auch seine Zeit Abgesessen Aber Äh Irgendwas Ist da Faul Der Papst war es Der war es meistens Apropos Äh Dieser Regisseur Hat auch einen Film In einem Film mitgespielt Mit dem schönen Titel Der Bucklicke von Rom Wo wir gerade beim Papst sind Ach 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 Ja 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 Und meine Nase pfeift wieder mal Yay Nasee Naasi 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 Ant-Man Now I see a dream Ist das auch von Marvel gekauft worden? Mr. Ant-Man, bring me a dream Ich habe noch etwas geguckt, über das es sich zu lästern lohnt Monster Squad Eine Fernsehserie aus dem Jahr 1976 Von den Machern der Batman-Fernsehserie Okay Damit kannst du schon ungefähr denken, wie das Ganze aussieht Ungefähr, ja Also es geht um einen Kriminologiestudenten Der als Wachmann in einem Wachsmuseum arbeitet Und der baut einen Crime-Computer Der in einem großen steinernen Sarkophag versteckt ist Da, wo die legendären Monster ausgestellt sind Durch diesen Computer Erweckt er Dracula den Wolfsmenschen Namens Bruce W. Wolf Das W steht für Wer Und das Frankenstein-Monster Namens Frank and Stein Natürlich, was auch sonst Zum Leben Die drei wollen auch nicht mehr Monster sein Wie in der Vergangenheit Sondern werden zusammen mit diesem Typ Namens Walt Jetzt Superhelden Verbrechensbekämpfer Was auch sonst Ja Die Schurken sind Echt Toll Es gibt zum Beispiel eine Queen Bee Also hier werden lauter Bienen-Wortspiele gemacht Ihre Ihre Henchmen heißen Spelling Bee und Bumble Bee Jeder dieser Schurken hat natürlich zwei Henchmen Zwei Ja Schlägertypen Weil das muss ja sein Mhm Es gibt Leute namens Also einen namens Snowface Es gibt den Astrologer Mit Castor und Pollux Es gibt The Wizard Mit Mambo und Jumbo Es gibt The Weatherman Mit Phoebe Snow und David Frost Ach, ach, ach Es gibt Lawrence of Moravia Großartig Es ist Es ist interessant Aber es tut schon weh beim Gucken Es ist Hat nicht Den Spaß Den die Batman Serie heute noch macht Aber Es sollte nicht in Vergessenheit geraten Weil Warum sollte ich allein leiden Du sagst nicht Genau Was machst du Was machst du an Weihnachten Ich werde Jedes Jahr Lecker kochen Mhm Weißt du schon was? Also es wird Etwas geben mit Ente Reh Und irischen Weidesteak Mit Jakobsmuscheln In einem Gericht Es wird eine große Platte mit Zeugs geben Geil Und auch Jakobsmuscheln Wie heißen die Dinger Ich bin mir nicht ganz sicher Ob ich Wolfsbarsch mache Oder Riesengarnelen Und ich habe noch Wie heißen die Viecher? Ich komme nicht drauf Langusten Ja so ähnlich Lemuren Opossum Nein weiter Opossum ist es nicht Also noch so anderes Zeug Hat es viele Beine Und Fühler? Ja Kakalakum Äh Äh Talpumpoda Kerzenvakuum Ja und dazu gibt es dann ein paar Leckere Knusprige Kartoffeln Aus dem Backofen Ein paar Böhnchen Im Speckmantel Ein paar gemischte Pilze Mal sehen Ich sollte vielleicht Da heute der 22. ist Mal äh Genauer planen Ach was soll's Das mache ich spontan Ach 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 Nein ich habe dieses Jahr Nicht geplant Und dann dazu eingekauft So ich habe eingekauft Und plane jetzt dazu Es war einfach äh Einfacher Weil man nie weiß Was man kriegt Wie bei so einer Schachtel Pralinen Ach ach Trump Forrest Trump Oh god Ich höre meine Mama singen Das Song Ach so Was ist das denn Okay Von dem Film habe ich auch noch nicht gehört Aber der Titel ist lustig Die gesammelten Peinlichkeiten unserer Eltern In der Reihenfolge ihrer Ersterführung Okay So Sachen Da weiß man gar nicht Ob man es wissen will Aber Ach ach Ja Ich weiß auch nicht Ob Ob oder ob nicht Oder ob gerade deswegen Ich stimme dir zu Ich stimme dir zu Ich würde dich wählen Das ist schön Du würdest mich von der Insel wählen Ich verstehe das Ich würde mich auch wählen Also runter Ich verstehe das Haben wir noch was zu erzählen Gute Frage Und ich weiß Ich habe auch lange darüber nachgedacht Ach ja natürlich Das ist ja noch was ganz wichtiges Das ist ja noch was ganz wichtiges Das ist ja noch was ganz wichtiges Vielen Dank.